Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Spiegelblick Oktober 2017 Das Leben kann manchmal ganz schön witzig sein und zeigt uns ein Spiegel. Unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Begegnungen, ein Zufall oder ein Traum. Oft sagt uns das auch etwas und es spiegelt uns auch etwas. Manchmal schauen wir in diesem Spiegel und haben wir Erkenntnisse. Manchmal schauen wir in diesem Spiegel und wir verstehen nicht, was für Botschaft das ist. Es kann auch passieren, dass wir das gar nicht wahrnehmen und weiterlaufen, bis dann die nächste Spiegel kommt. Wenn Sie das nicht deuten können, was sagt mir das, diese Begegnung, dieser Ereignis oder dieses Traum? Das können Sie gerne an mir anvertrauen und wir können das als Blitzberatung natürlich bearbeiten. Wie funktioniert ein Blitzberatung und was kostet es? Sie beschreiben diese ungewöhnliche Situation oder Begegnung oder dieser Zufall oder dieses Traum. Und wenn Sie das nicht deuten können, dann werde ich eine Klarheit bringen auf diese Botschaft, damit Sie diesen Spiegel auch verstehen. Ich werde diese E-Mail natürlich persönlich blitzschnell beantworten. Eine Frage kostet 10 Euro. Mein E-Mail Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Und Klarheit, ein guter Rat ist natürlich Gold wert, weil so können Sie besser orientieren. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.